Hä? Hä? Jetzt gehts los! Auge! Auge! Zauber! Hast nur einen Kampf in deiner Herz! Ein Bild! Ein Leben lang! Ein Leben lang! CineMax Popcorn! Kleine Portion! Aber von letzter Woche! Tenet übrigens gut aufhören! Hä? Ja, wie ihr seht, habe ich hier meine kleine Workstation aufgebaut. Da sich so ein Song auch immer mal jetzt gerade im Studio auch verändert, müssen natürlich auch neue Dinge nochmal neu kreiert werden. Zum Beispiel hier ein Solo, weil sich die Akkordfolge oder sonstiges geändert hat. Und im Prinzip probiere ich jetzt gerade hier ein neues Solo irgendwie zusammenzubauen. Was wir dann auch natürlich neu einspielen. See! Scheiß Gerät kackt auch immer hier. Irgendwann Probleme mit diesem Kopfhöreranschluss. Andauernd knacksen. Könnte mal das Ding gerade in die Ecke schmeißen. Diese Scheiße hier. Ja, ich bin der Dieter und ich produziere den ganzen Bums hier. Sieht ziemlich gut aus. Wir haben hier so einen schlauen Zettel. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Vielleicht so ein bisschen. Es sind einige Haken schon am Start. Wir haben jetzt quasi Halbzeit der drei Wochen und sind ungefähr bei, ich sag mal 60, 65 Prozent. Also liegen gut in der Zeit. Können wir auch mal reinhören zum Beispiel. Geil!